Servus, grüßt euch, hier ist wieder euer Franz mit einer weiteren Motorstellung. Ich möchte euch den Fendt Vario 936 vorstellen. Der kostet 202.000 Euro in Anschaffung 320 am Tag Unterhalt und hat 330 PS, entsprechend 243 kW. Habe ich jetzt mal hier hergestellt. Mal testen richtig, mit der Last habe ich einen großen Hänger. Da starten wir mal. Hat einen super Sound beim Starten. Macht Reifenstaub und legt auch Spuren. Vorne das Fahrwerk geht auch, schauen wir mal von innen an. Die Achse arbeitet mit, Lenkrad funktioniert. Die Spiegel funktioniert nicht, ist ja eine Beta-Vision. Das wird wahrscheinlich noch bekommen beim nächsten Update. Die Rundumleuchte funktioniert auch. Dann blinker. Funktioniert beim Hänger, aber nicht vorne beim Traktor. Das Licht funktioniert, aber das Komplette. Schauen wir uns mal von außen an. Schön Reifen. Godier. Vorne ist da Frontelektraulik, die Zappswelle. Hinten hat zwar zwei andere Kupplungen. Heckelektraulik ist ab jeder Tag so eigentlich. Wenn euch die Mod-Vorstellung gefallen hat, dann schaut es wieder rein. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Servus, grüßt euch, euer Franz. Bis zum nächsten Mal. Ausweis. Vielen Dank.